einmal so so Liga was brauchst du denn noch etwas blöde glas es ist kein kalt rein ich finde es hat mal kurz bescheid und mal kurz ein bisschen quatsch mit ja 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 sowas für die jetzt haben schon sechs stück davon 16 k die 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 Oh, das ist gut los. ist danke wie schnell geht er einiges besser einiges zwei stück auch in drei wenn du gar nicht benutzt einiges besser da hat genau den perfekten rhythmus der schmeißt einen rein wenn er gerade einen raus nimmt und ist in dem moment schon wieder fertig mit den nächsten der zieht direkt durch ja davor noch mal eine neta festung besichtigen da wir jetzt ja feierresistent sind aber ich glaube eine schaufel wäre noch ganz nett oder eine axt oder so was schaufel axt gibt es auch unten im perium hammer so premium meine ich sind aber überall zu gemüllt hier so und sind ja auch ach nie man kann das einfach zu machen so nicht nur den noch mehr sind so warte mal wie bei bist du jetzt hier die schule fertig ja wir haben acht stück bekommen uns würde ein einziger jetzt jetzt fehlt dann könnte man jetzt schon das sein ding bauen ich habe zehn Millionen Sachen gekocht es kommt zu spät so die können hier rein der kann hier rein wir können hier und der kann hier rein ist auch alles voll bis bonnet ja bin ich jetzt bitte dass daran dass daran dass daran dass das dass das ist das denn ok ich bin folgen und da so gut haben wir müssen Das ist ein U-R-E-D-E-A-P-A-M-A E-R-E-D-E-A-S-H Ja Wenn man ab... Die O-S-E-S Breakdown ab... ...kno Was? So ...Table und so wieder bauen Dann könnte man die Waffe noch mal... ...oder Rüstung eblich verbessern ...und die Sachen mal klein machen Was für ein Table? Die Table von Apotheosis Dann kann man von den Waffen die... ...die Jems ...Gems und die Materialien runternehmen Dann könnte man damit... ...auf die Rüstung und so... ...verbessern mit Jems Ja ... 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 ich weiß nicht wie das genau war und begleich mitbringen aber das kann das kannst du nicht herstellen alles gut das ist ja nicht aus davon geht das rechte erst mal zu dir durch haben da müsste ich jetzt also kein mehr machen den hier noch mal kurz da könnte ich auch richtig viel gespeichert und dann ist sie wieder drin ist stimmt muss man ja auch mal das ist ein regepackt nicht auf klick wicke okay aber hier ist auch alles voll entweder müssen wir eine ordentliche sortierung haben so bitte sind nicht schon mal durch ja 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 ist so gut ja doch weg und jetzt durch erstmal schlafen da wollte ich noch mal herkommen ich glaube ich nicht mehr herkommen kann das sein dass da so viel zeug auskommt die exe müde die kümmern ja vielleicht noch so viele pfeile brauchen man muss ein kleines system machen und es war auch wahrscheinlich schnell voll das glaube ich nicht ich müsste mit denen auch einmal ein gold diamant machen das wäre warte mal wann ist die soweit ist schade also irgendwie so kommen wir jetzt noch von gold auf aber ich glaube wir könnten die hier mal warte mal das machen wir noch mal kurz hoch so denn die hier einmal die hier einmal die hier ich glaube mal kurz und